Ab jetzt auch auf YouTube, herzlich willkommen auf YouTube, ja, warte, ich muss auch nochmal, warte, warte, 3, 2, 1, Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück, man geht hier, ich höre auf, nein, so, auf jeden Fall, auf jeden Fall, herzlich willkommen bei einer neuen, äh, Episode, boah, bei einer neuen, Kettenstark wirftabumpen für 5 Euro, dafür, äh, dass du dich, äh, eines, gibst nochmal 5 Euro, also man muss ganz kurz sagen, das ist natürlich wieder eine Live-Let's-Play-Aufzeichnung, die gibt's ja alle 2 Tage, die entsteht jeden Mittwoch im Livestream, ja, könnt ihr einschalten, einfach auf, äh, mafuyu.de, jeden Mittwoch um 19 Uhr geht's los, außer nächsten Mittwoch, außer nächsten Mittwoch, oder, beziehungsweise, wenn ein Stream mal ausfällt, einfach auf Twitter und auf Facebook schauen, ja, äh, findet ihr unter diesem Video auf YouTube verlinkt und auch auf Twitch und, äh, wir werden in, äh, in diesen Folgen, die wir immer, das steht ja auch unten, ganz unten irgendwo Live-Let's-Play, da unten steht, da, irgendwo steht Live-Let's-Play und immer da, wo das so ist, ja, werden wir auch mit den, mit der Community die reden, also die zu Hause im Twitch-Chat ist, ja, und das heißt, wenn wir, also, wir reden nicht mit uns selbst, wir beantworten nicht unsere eigenen Fragen, sondern wir beantworten die Fragen der Leute im Twitch-Chat, und wenn du uns eine Frage stellen willst, oder mal dabei sein willst, Lorenz, Mittwoch, 19 Uhr, so. Das ist Wahnsinn. Und da ist auch meistens die Zitterwurst dabei und, äh, der Opa mit der grauen Stimme, so. Ja, also der Ben, äh, der, der, Entschuldigung, der Curry hat mal, der, der Speimann ist, ich bin da sauer dabei, der Curry hat mal wieder was rausgesucht. Was ist denn jetzt? Der Curry hat mal wieder was rausgesucht. Der Curry hat mal wieder was rausgesucht, und zwar, ist es das? Ne, warte mal, es ist nicht das. Der Curry hat einen richtig geilen Scheiß rausgesucht. Warte, ich suche das gerade. Ich hab dir extra, extra dahinter geschrieben, was das ist. Was das ist, hast du rausgesucht. Was das für ein Modus ist, ob das Last Team Standing ist, ob das Rennen ist. Hä? Ja, das hab ich gar nicht durchgelesen. Genau, also der Curry hat was rausgesucht. Hallo. Jo. Hallo, Duck Hunt heißt das, ja. Jo. Und, äh, das ist ziemlich geil. Da kann ich euch gleich mal erklären, was das ist, liebe Freunde. Aber da passen nur 16 Leute rein. Wollen wir dann erstmal Explosive Endings machen? Ja, mir ist doch egal. Hä, was ist das denn? Was ist denn Explosive Endings? Weiß ich auch nicht. Kau mal auf in der Garage, Mann. Scheiße. Ja, warte mal, was hast du das? Ist das neu? Warte, warte. Ist das hier? Okay. Ja gut, dann machen wir mal Snipers vs. Dukes. Was? Wir werden natürlich auch gleich noch, wir werden natürlich gleich auch noch in eine Normale Lobby gehen. Dukes. Dukes. Das ist aber kein Modus, den ich heute rausgesucht habe. Doch. Nein. Hast du mir doch geschickt? Snipers vs. Dukes? Ja, siehst du jetzt gleich, warte. Ich, ey, also, ihr müsst sofort nachkommen, Leute, ne? Ja, sag, wann die Einladung raus ist. Ach, Dukes, nicht Dukes. Ich hab's mir schon gedacht, weil's die Dukes einzeln. Snipers vs. Dukes. Fast dasselbe, ne? Okay, Curry ist eingeladen. El Bronzo ist eingeladen. Und dann lade ich die Community ein, die auf dem Server ist. Mit der Bedenk, dass wir es leider nicht jedem, dass wir nicht jedem es recht machen können, dass sie mitspielen können. Es ist leider immer ein Rotationssystem von Woche zu Woche. Also man muss einfach Glück haben. Das ist doch das. Und wir können es ja nicht beeinflussen. Der ist doch richtig. Ja. Weißt du, warum es da geht? Wie oft will der jetzt auch? Immer so. Hallo. Was müssen wir denn da machen? Ähm, ein Team ist auf der Sniperseite und das andere Team sind die Enten. Die Enten müssen von unten nach oben laufen, um zu den Waffen zu kommen, um die Sniper auszuschalten. Währenddessen müssen die Sniper versuchen, die Dukes, also in dem Fall auf Deutsch übersetzt, die Enten zu töten. Oh mein Gott, Mist. Ja. Okay. Der da hinten sieht aus wie das Radar. Ja, guck mal, der da hinten, der hat einen Zylinder auf, Alter. Was? Boah, der ganz links sieht voll geil aus. Hä, wer ist denn jetzt hier, Dennis, Alter? Ich bin ganz vorne, Mann. Die Elite. Ja, du bist immer ganz vorne, weil es dein eigener Spieler ist, Mann. Achso. Scheiße. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, in welchem Team wir sind. Ein Team? Hä? Ach, wir sind die Renner, Alter. Wir sind die Enten. Hast du das doch schon getestet, oder? Ja, wir müssen einfach bis ganz oben kommen. Also, Freunde, wir müssen bis ganz oben kommen, um die Waffen zu schnappen, damit wir die Leute kennen können. Passt auf, die Sniper können auf euch schießen. Danke, Freunde. Danke, Freunde. Jolo Swag. Jolo Swag. Jolo Swag. Lass mal hinten bleiben, Dennis. Ja, ne? Also, diesmal können die keinen Fallen aktivieren, ne? Und wir haben viele Schutzmöglichkeiten. Auf, der Dars Raider steht hinter dir. Jolo Swag. Ey, das ist aber geil, ey. Komm, Ben, go. Jolo Swag. Boah. Die haben mich auch im... Die haben mich auch im Dach. Ah, Ben, du schiebst du, alter Hotzlöffel. Hör auf zu schieben, Ben. Ey, Ben, stopp. Ach, das bist du gar nicht. Äh, der Ben ist bei mir. Ja, hier, der Wurschi, der ist das. Oh, Ben, komm, go, go. Also, wir müssen bis ganz oben kommen, damit wir an die Waffen kommen, damit wir die Leute dann abballern können. Oh, oh. Das Problem ist, Ben, ja, wenn die den Headshot geben, ist es vorbei. Wo sind die denn? Boah. Oh, die sind auf dem Mace Bank Tower. Scheiße. Warte, warte. Ah, Alter. Alter, das war aber eine fette Lücke, Mann. Die lecken... Ich glaube, die Lücken werden immer größer. Hä? Wo sind die? Ach, die sind echt da hinten auf dem Mace Bank Tower. Ach, du. Ah, nein, ich bin tot. Nein. Ey, was hast du gemacht? Ich wurde erschossen. Wollen wir hier nicht langkrabbeln, Dennis, oder so? Boah. Langkrabbeln? Hä, wie willst du denn krabbeln? Aua. Okay, jetzt schau. Ja, passt auf, die können... Lauf. Oh, nein. Komm, Ben, ich bin erschossen. Du bist die einzige Hoffnung. Lebt der Ben noch? Ja, der lebt noch. Lauf, 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 lauf. Geh, Ben, no, Ben, no. Letzte Etage, Mann. Okay, mal, ich bin noch nicht allein hier. Reiner Sonne am Start, ey. Ey, wir sind noch zu dritt. Ben, no, 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 Ben, no. Alter, wie fett die Lücke ist, einfach... Oh, nein. Der Wuschi und reiner Reinfall. Wo ist denn der Wuschi? Wo ist der Wuschi? Wo ist der? Keine Ahnung, ey. Der ist fast... Ja, wo ist der? Der ist fast ganz oben. Ah, okay, nice. Ich beobachte den reiner Reinfall mal. Ja, ich mach den Wuschi. Der hat auch einer abgekriegt. Komm, Wuschi. So. Krass, ey. Lauf, 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 lauf. Boah, alter. Wuschi ist down, oder? Da war ein Fass. Oh, shit. Okay, Rainer, jetzt liegt alles auf dir. Okay, Rainer. Auf dich. Rainer, komm, du machst das. Ah, boah, alter, wie jetzt alle auf den einballern. Nein. Unmögliche Kiste. Zum Schluss ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil dann alle auf einen ballern, ne? Aber wie geil ist dieser Job, der macht Laune, ey. Da oben war ich... Ey, Doren, Alter. Der ist ganz schick, ne? Doren, Alter. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir Runner sind, sollten wir kleine Gruppchen bilden, oder so was. Ja, das stimmt. Hand in Hand durch die Stage laufen. Durch die Stage, the Stage is yours. Lalalala. Schade. Ich bin auch nur 6. Lalalala. Was bist du, Level 6? Na, wir sind ja auch nur 6, ne? Achso. Ja, die anderen sind aber auch nicht viel mehr. Doch. Hä? Aber 8. Echt? Ja, wie findet ihr den Modus denn? Schreibst doch mal in die Kommentare. Ihr könnt euch den natürlich selber auf dem PC, könnt ihr selber spielen. Ja? Weißt du, was geil denn ist? Wenn du jetzt die Liste parat hättest und dann einfach mal den Link so richtig rausballern könntest, weißt du? Ja, das bringt den Leuten auf YouTube ja nix. Stimmt, ja. Ja, du könntest, da könntest du den zum Beispiel in die Beschreibung klatschen, aber bis dahin hast du es vergessen. Wenn ich daran denke, dann ja. Aber das ist sehr unverständlich. So, Leute, jetzt aufpassen, da rennen sie schon. Dikunia, 84, jetzt ein Teil der Bifti, herzlich willkommen. Wie die da ran vorbeiziehen, man. Ja, die Mafuyu-Armee wird immer größer auf Twitch, liebe Freunde. Alter. Und auf YouTube auch, ja, 400.000 Abonnenten. Boah, die geben richtig Gas, Leute. Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen hinmachen. Scheiße, wo sind die denn? Warte mal, warte mal. Wir sind schon bei der zweiten Stage. Hä? Scheiße. Yo, einen hab ich. Den vorderen hab ich schon mal. Boah, die rennen einfach durch. Hä? Okay. Wir machen gerade, wir machen, wir losen gerade richtig ab hier. Nice, Curry, du hast aber einen. Aber einer ist gar nicht runtergeplumpst. Aber einer steht noch ganz hinten. Er rennt los, er rennt los. Jawohl, die erste ist down. Und jetzt, bam. Das ist echt krass, ey. Yo, der ist auch down. Nice, Leute, super. Da, 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 da. Einer noch, einer noch. Der steht da. Yes, alter. Easy going, ladies and gentlemen. Easy going. Sauber, jungs, sauber. Das war zu leicht. Ey, das war gut. Ich hab, ich hab echt am Anfang gedacht, die rennen da jetzt durch, ne? Ja, ich dachte auch, jetzt ist es vorbei. Das war auf jeden Fall schön. Aber das war prima, lieber Mann. Prima, prima. Das war, das war richtig schön, ey. Also, da krieg ich schon warme Hände. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Hast du die gerade eingeseift, oder? Ja. Ich hab immer ein Curry da. D-Wert, kommt das dann auch auf YouTube? Ja. That's right, guys. Ja. Okay. Ja, klar. Ja. Sollen wir eine Dreiergruppe bilden? Ja, ne? Ja. Komm, wir, wir lassen die, wir lassen die jetzt vorrennen. Ja, genau. Lass die laufen. Ja. Und wir sind die Elite-Tippe, wir bleiben hinten. Bleiben wir erstmal stehen. Dann lassen die noch irgendwie ducken. Denn das Gute kommt jetzt zum Schluss. Ne, du musst ja drennen, ducken ist scheiße. Ja, doch, Ben, mit Kuh kannst du, aber du kannst ducken mit Steuerung, aber mit Kuh kannst du in Deckung gehen. Okay, Dennis, wo bist du? Ich bin hier hinten noch. Warte, lass, lass die erstmal loslaufen, alle. Wo ist Curry? Hier. Geht ruhig schon mal vor, Jungs. Geht ruhig schon mal vor, Jungs. Und sterbt. Wir machen die Dreiergruppe am Ende. Wir sind so der Köttel, den man hinterher zieht, weißt du. Let's go, Rainer. Los, Rainer. Rainer, wir glauben an dich. Tschüss. Warte, warte, warte. Okay, go, go. Stop, 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 stop. Die können... Wo rennt er denn hin? Warte, Ben, du musst auf uns warten. Bin einmal getroffen worden. Boah, ich noch nicht. Lauf weiter. Lauf weiter. Ab in den Container, ab in den Container, ab in den Container. Wir haben's. Yes. Einmal durch, aber in den Container kann man nicht reinschießen. Boah, was hat denn explodiert? Warte, Ben, warte doch. Komm, das war's, ich lass den laufen. Okay. Ach, du scheiße, Mann. Ich zittere. Kannst du Chloria nicht abstechen? Ich zittere. Okay, go. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, go, 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 volle Pulle. Volle Pulle durch. Ben, komm. Los, 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 los. Go. Ja. Ich muss runnen. Run, 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 run. Oh, ich bin getroffen, Mäse. Oh, lau, 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 lau. Oh, lau, lau, lau. Ich komme durch. Ich komme durch. Ja. Ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe. Oh, Gott. Alter, das ist ja krasser als alles andere auf diesem Planeten. Das ist so krass, ne, wenn man da rennt und die Schüsse hinter einem einballern, so. Ja, weißt du, ob halt der sie bei dem Special Event, ey. Also, wenn das jemand spielen möchte, es ist Snipers vs. Ducks 2. Oh, pass auf. Aber hier können die nicht schießen, ne? Oh, das war knapp, ey. Okay, vorletzte Stage. Okay. Alter, hier müssen wir... Stage. Hey, was macht der denn? Alter, genau, warte mal. Ich mache folgendes. Was denn? Man muss sich ja anpassen hier, ne? Pass auf. So. Ja, Curry, Alter. Was hast du denn auf dem Kopf, immer? Ja, komm, go. Denk dran. Okay. Ich laufe! Ah! Boah, ich wurde einmal getroffen. Nein, 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 nein. Lauf, Mann. Ich schaff's, ich schaff's. Ah! Ja! Boah! Nein! Jawohl! Ich bin noch da. Ich bin noch da. Trudi 29 hat mich geholt. Alter. Trudi 29 hat mich geholt. Okay, jetzt kommt der Smiley, kommt auch noch. Nice, Mann. Letzte Runde jetzt wieder. Nice, Smiley. Oh, Mann, ey. Wo sind die anderen beiden? Sind die schon oben, Alter? Jo, Mann, die sind schon über uns. Okay, Jungs. Wir beobachten Herrn AFG, Mann. Okay, Jungs, ganz ruhig. Wir packen das. Ach, jo, ey, das ist voll schlau. Guck mal, die ziehen sich gerade Snacks hier rein, damit er leben will. Sach es doch nicht. Gehen für das Kind. Ah, sieht man jetzt sowieso. Curry. Bam. Jetzt gleich los, weil die sind alle auf oben fokussiert, weißt du? Warte, Pisswasser muss ich trinken. Ja. Hau dir mal ein Bier rein, da, Curry. Bin ich besoffen, ich sehe gar nichts mehr. Weil wir ja durch die Maske sollen, weißt du? Okay. Okay, so, gehen wir voraus. Ohne Witz, Mann, die schießen alle nach oben auf den Typen, der gerade oben steht. Echt? Ja, ja. Hat der die Waffe schon, oder was? Ja, ja. Der ist bis oben gekommen? Jo, der ist da oben, Alter. Jetzt schieß, Mann, schieß. Okay, go, go, go. Der hat's nicht geschafft. Der hat sogar schon drei Stück gekillt. Ja, weiter, weiter, wir müssen jetzt auch noch bis... Oh, scheiße. Oh, 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 ganz heikle Kiste dafür, Curry. Ganz heikle Kiste dafür, Curry. Er hat's geschafft. Warte, Curry, lass regenerieren. Ja, das ist noch vier Stück, Mann, die kriegst du locker, Alter. Hol dir jetzt ein RPG und raus. Ja, genau. Ein RPG, hör mal. Okay, scheiß drauf, Mann. Ah, oh, oh, nein, 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 nein. Was macht er denn? Nein. Was macht er denn? Was macht er denn? Die Nation. Oh, er ist für mich runterfallen. Was macht er denn da, ey? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der ist da einfach hochgeklettern, ey. Dori, du rissst es da, ey. Oh, ich wollte springen. Dori, du rissst es da. Jetzt haben wir verloren wegen dir, oder was? Nein, wir haben gewonnen, die Runde. Oh, ja, nice. Weißt du, dann will er schon los haten. Oh, mein Gott, Curry. Das war echt mal ein geiler Modus, ey. Der Chat bei Twitch straft dich gerade ab, ja? Ja, wow. Der Ixum spielt, da haut er auch gerade richtig schöne Curry-Smileys raus. So muss das auch sein. Ich wollte springen, weil da einer im Weg stand. Und dann klettert der den Curry, die Elite, ey. Oh, nee, ey. Okay, okay, jetzt sind wir wieder dran. Also schießen können wir ja bisher ganz gut, ne? Ja, ja, wir dürfen die nicht nach oben kommen lassen, Jungs, ey. Auf jeden Fall bisher unser Ding, ey, ey. Was? Ne, ne, ich muss die Platte gehängen. Was ist denn heute los mit dem Curry, Alter? Der hat irgendwie Sprung in der Schüssel. Okay, ab geht's. So, warte mal. Ganz neues, was? BAM! Ja, geil, ich habe keine Waffe, Leute. Ja, auch nicht, Ben. Einen haben wir, komm. Komm, Ben, wir müssen mit dem Messer. 20.000 Waffen, die Leute. Ja, geil, was denn jetzt? Boah, Alter! Boah, Alter! Lass mal ihn töten, Ben. Komm, dann kriegen wir die Waffe von dem. Nein! Hä? Ach, hier unten, Alter. Hier unten. Alter, was habe ich denn gefunden? Ne, was denn? Oh mein Gott, Curry. Was denn? Ich habe den obersten Shit gefunden. Ey, Mann, ich sehe den weißen Punkt nicht. BAM! Jawohl! Wo hast du das gefunden, Mann? Okay, weiter geht's. Keine Artwerfer, Alter! Wo ist denn der? Oh, die warten da alle in den Container. Hast du den hier unten gefunden? Ja. Welchen Container, Curry? Ja, ich würde den jetzt markieren, wenn wir bei Rammu's 6 sind, aber kann ich nicht. Da, wo die jetzt rauskommen. Spray einfach mal da rüber. Aber das ist unfair, ne, eigentlich, mit Granatwerfer. Ja, aber der liegt doch da, Mann. Ja. Wenn der da ist, dann wird er auch genutzt. Aber so könntest du dich auch quasi töten, wenn die hinter dem Schild sind. Kannst du auch so. Kannst du unten durchschießen. Ja, ja, klar. Aber da musst du halt wenigst präzise sein. Aber so kannst du einfach gegenballern gegen das Schild. Yeah, Mann! BAM! Ich weiß nicht, ne? Das Match schon gewonnen, Alter. Ja, easy peasy. Rund 14.000 auf den Kralle immer. Eigentlich muss ich ja plus 10.000 auf den, weil ich ja gewettet habe. Der ballert die ganze Zeit. Ja, Mann! Ich sag einfach, was geht? Yeah, Mann! Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Auch auf YouTube. Auch auf Twitch. Wir haben es geschafft. Die Elite ist weitergekommen. Gleich geht's. Nächste! Nee! So! War nicht verkehrt. Nee, ne? War schön, oder? Okay, ja. Würde mal sagen... Die Haftbombe in der anderen Hand und ich wäre der Superpro gewesen, aber leider haben wir es nicht geschafft. Bis zum nächsten Modus, ne? War toll. Schauen wir es. Ciao. Ja, also nicht ciao auf Twitch, aber ciao auf YouTube. Ich hoffe, ich habe das richtig geschnitten hier. Hey! Ja, 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 ja! Ja, tschüss, ne? Ja. 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 Ich hoffe, 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 ich hoffe Bis zum nächsten Mal.